Ich bin Marc Lacroix, Dr. Marc Lacroix. Ich habe nach einem anderen Weg gesucht, das Gehirn zu erforschen. Ich habe wie ein Besessener daran gearbeitet. Das hat mir nicht gereicht. Ich bin Psychiater geworden für Mörder, für Monster. Ich habe eine Maschine konstruiert. Und eines Nachts... Aufstehen, Dr. Lacroix. Nein. Das können Sie nicht machen. Wer wird Ihnen glauben, dass Sie Dr. Lacroix sind? Los, ich bringe Sie in die Klinik zurück. Marianne, du musst mir glauben. Nur du kannst mir glauben, weil nur du Bescheid weißt. Sie mich lieber nicht. Marc hat ein Experiment mit einem Verrückten gemacht. Sie haben die Körper getauscht. Körper getauscht? Ja, ich bin die Einzige, die es weiß. Marianne sagt, du wärst nicht Marc. Und dass du gefährlich wärst und dass Marc bei ihr sei. Du hast mir keine Angst. Nichts macht mir mehr Angst. Nichts macht mir nicht. Herein ist es Achtung. Nichts macht mir dialogue. Das ist Achtung. Amui, wir shoten zumindest. Car раз. Untertitelung des ZDF, 2020